Gleis 6 Einfahrt des Ersatzzuges für ICE 1147 nach Frankfurt am Main, Flughafen Verband über Göttingen. Abfahrt 14.59 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt F und G. Dieser Zug fährt ohne beschilderte Platzreservierungen. Vorsicht bei der Einfahrt! Information zu ICE 596 nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Hauptbahnhof. Abfahrt 18.07 Uhr. Heute circa 20 Minuten später. Grund dafür ist eine technische Untersuchung am Zug. Information zu RB 40 von Braunschweig. Ankunft 16.22 Uhr. Heute circa 45 Minuten später. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 6 Einfahrt RE von Sachsendorf. Weiter als RB nach Braunschweig Hauptbahnhof über Helmstedt. Abfahrt 19.33 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt! Gleis 16 steht RB nach Marburg über Friedberg mit RB nach Dillenburg über Friedberg. Abfahrt 12.31 Uhr. Zug wird in Gießen geteilt. Gießen geteilt. Gießen geteilt. Gießen geteilt. Gießen geteilt. Gleis 8, steht RE1 nach Glauchau über Erfurt, Abfahrt 18.08. Gleis 7, 1, LE 30, Name Frankfurt am Main, Hauptbahnhof, über Giefen, Abfahrt 18.29 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt.